Oder was sind das für Bewerbslinge? Weißen ausziehen? Rassistisch, warum müssen wir gerade einen Weißen? Warum müssen wir einen Schwarzen? Muss ich jetzt wie ein Pokémon Ei ausbrüten oder was? Es sind ja alle Weiß. Es ist ein rassistisches Spiel, ich habe noch keinen Schwarzen gesehen. Jetzt du das sagst, ich auch nichts. Immer nur Gelbe. Immer nur Gelbe, wir die Chinesen. Oder Alex, du bist so ein Fick. Dich lass ich zurück, wenn du stirbst, oder? So. Ah, das sind die Kinder? Du nicht. Und ich nehme an, wir müssen Kabeln folgen. Ich nehme an, wir müssen direkt Kindern folgen. Oder? Für die Frequenznahme? Ja. Damals schon wieder sowas. Ah, das schaut ja unheimlich aus. Da, da gerade, da steht wer. Die Pfad da droht. Er kommt schon. Er lebt, er klopst. So. Warte mal, Sesam öffne dich. Unglaublich. Oder? Hast du es gemacht, dass es aufgegangen ist? Oder hast du es nicht aufgemacht? Norbert? Warte, 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 du bist zu. Er geht einfach im Weg. Norbert, du bist zu. Was? Du machst eine Tür mit zu. Nicht da, wenn du tief bist. Ja. Ich habe nicht gehört, dass du hinterfällst. Wo machst du die Option zu, dann? Call open. Call open. Oh, irgendwie. Was das hier? Oh mein Gott. Ah. Oh mein Gott. Hmm. Does it look right at all? Ja. Ich bin da bei der Kruppe, du? Hallo? Da ist noch ein Großer! Oh mein Gott! Jetzt bin ich von beiden gefistet. Warte, fix euch! Oh, ich bin so gefixt. Ich bin so gefixt, Alter. So gefixt. Oh, das nervt mich jetzt da. Ich hab sogar noch die Tür 10. Ich bin so gefixt. Ich bin so gefixt! Ich bin so gefixt! Ich bin so gefixt! Das ist so gefixt! Ich bin so gefixt! Ich bin so gefixt! Das ist so gefixt! Das ist so gefixt! Fuck! Fuck, entschuldige! Komm, komm! Komm, komm, lass uns nach hinten. Na, den dem du einfach weggehst. Dann zurückgehst oder so. Ah, okay. Wir sind da. Ganz nah, be careful. Das gibt's hier, das sind überall hin oder? Nimmt. Ja. War noch? Norbert, komm. Oh da. Da vorne war irgendwo die Coop-Tür. Oder? Da war eine Coop-Tür? Ja, da vorne. Da oben liegt's erstmal. Genau. Ich bin da. Ja, kommt einer. Weiter. Was denn? Warte ganze Zeit auf die Coop-Tür. Ja, aber da kommt einer. Alter, ich hab grad eine Batterie gefunden. Ah, noch? Oh da. Oh, das ist diriger. Oh da. Oh da. Oh da. Da rechts drin ist auch einer. Da kommt gleich einer. Können wir in den Raum rein, wo er rausgekommen ist? Ja, da ist das. Weiter. Das ist gar nicht von der Domenikers. Bist'n du? Oh was hinten? Ist ja nicht einmal dein Name mehr. Vielleicht ist dir jetzt zu verfolgt, der dazu abstehend. Ah, ich krieg das nicht. Warte, bleib. Und dann auch noch da? Ah, ich krieg das nicht. Ne, probier doch mal Alex. Oh, ey da. Doch, geh nach, geh nach, geh nach. Wow. Einen nicht vergessen, aber denkmal. Du hast nur einen Anstrich. Jetzt müssen wir in die Lobby. Ja, ich hab das nicht gelesen. Ja, ich hab das nicht gelesen. Es muss hier sein. Es wird nicht gelesen. Es wird nicht gelesen, ja? Ja. Ich warne schon. Ich auch dabei. Durch die Lobby. Der Lobbywammer. War das die Lobby? Geht doch. Was? Wo ist Norbert schon wieder? Ich weiß nicht, ich bin nur gelaufen dann. Norbert? Ich sehe dich leider nicht auf der Karte. Du bist komplett woanders. was für eine suppe du bist du fach ich sehe dich nicht einmal zu lobbeln musst du lobby 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 du musst auch schilder lesen aber nicht nur planlos als hektische mehrere läufe sondern lesen hast du dich nicht geheilt wie ich dir gesagt habe ich habe keine spritz gesagt du musst dich heilen aber ich bin halt jetzt genau zwischen zwei um den doppel schlag bekommen der team bewertung wird sicher schlecht dann habe ich glaube das fließt doch ins einzelne ich habe gesagt ich dachte meine schuld du darfst du nicht so hektisch zum schluss erinnern einfach du musst auch lesen dann das steht dann immer meistens auch angeschrieben wo es exit wo es dann der hauptort halt um den sich dreht der hauptort der hauptort gelassen habe ich sorry leute wasche wasche besser machen bist du und ihm war es dann super eigentlich wir haben das so schön noch gemacht das letzte und dann wird nicht im panik ausgebrochen Gewirr acquisit namens du swaps Du bist der Spieger und du bist lebenswürdig. Was soll ich sagen? Ich freue mich schon auf die Prüfung. Hoffentlich hast du nicht so schlechte Noten wie jetzt. Das reicht ja. Das wird ja schon reichen. Kleiner Huskinettenpäer. So. Das heißt, jetzt haben wir das dritte auch fertig. Genau, jetzt kommt das vierte und das fünfte und dann kommen schon. Das vierte und fünfte muss man erst die ersten drei komplett abschließen. Wie ich das verstanden habe. Ja, Geheim, Geheim, ist noch gesperrt. Na dann? Das heißt, wir fangen wieder an der Polizeistation an. Genau. Und mit Töte den Verräter. Stufe drei. Das müssen wir dann zum Schluss machen. Ja genau, Töte den Verräter. Ich würde sagen, dann machen wir mal Töte den Verräter. Wir können jetzt erst immer die Stufe drei Mission machen von allen dreien. Oder machen dann... Stufe vier. Genau. Nein, das ist dann Stufe sechs nicht. Nein, ich meinte, äh, Stufe vier das unterste. Was soll? Stufe vier. Das meinte ich anders. Ja, das war alles verstanden. Hohe Feinddichte, das geht man halt jetzt schon auf die Eier. Mehr Feinde in der Prüfung sind schon drei anstrengend. Ich muss mich... Also ich muss sagen, jetzt zum Schluss ist es... Oh Mann, ich sage, ich habe vergessen einzusteigen. Das nächste ist das. Das heißt... Meine Taktik mit dem viel Gedug gehen, wirklich langsam vorangehen, hat gut funktioniert. Ja, das wird doch jetzt sein, ohne dem wir so wahrscheinlich nicht mehr weiterkommen. Wird das jetzt ab der nächsten Stufe. Mir gefällt das Sabitzer bei den... Bei den Dortmundern bist jetzt auch so stark über das Spiel. Das ist jetzt auch nur Testspieler, aber wenn er die Leistung halten kann. Ich befürchte halt irgendwie, dass Konrad Leimer sich nicht durchsetzen kann bei den Bayern. Ich glaube, ihre Freundin wird, ob der Koretzka wird weiter ins Spiel noch bei Norisch ist. Und auch ein Kimmich finde ich ein bisschen überhaupt, muss ich sagen. Das ist richtig, ja. Aber auch sowas brauchst du. Wenn du es halt gut einfangen kannst in der Mannschaft. Jetzt noch zu sehen kann. Okay, aber halt... ...überheblich. Überheblich für das, was man kann. haben kann auf einem bahn nicht mal so käme ich tschuldung ja das stimmt oder die fangen jetzt schon die fände ja genau von mir es ist jetzt am ließen hallo hübscher da warnt er verratet uns schon ja danke norbert naja jetzt rennt er mir auch noch hinterher ja das tut ja wir offen ja nein das tauschen Willst du mir helfen, oder? Du musst dir neben dir gehen. Aber ich hab'n'n Kuh, oder? Ja, das mögen's nicht, oder? Nein, sag nicht, dass da doch ein Feind ist. Ich hab'n'n markiert, was heißt, ich sag's nicht, oder? Das sind viel zu viele Feinde, oder? Ja, die zwei waren immer schon. Ich bin gleich tot, oder? Ja, ich hoffe, wie das so weitergeht. Ja, du wirst. Leute! Bastard! Irgendwie find' ich's grad witzig. Und, die ist blockiert! Ich will's! Leute, da ist eine Fahne. Also, ich bin da. Ich bin auch da. Aber es sind schon übertrieben viele Fandem, muss ich sagen. Zwei waren es generell auch so, das sind wir halt nicht. Aber die waren halt jetzt schon da. Die kamen jetzt nachher. Mann, die waren auch schon. Nein. Ruhe. Nein. Ruhe. Nein. Ich kann einfach durch, Norbert. Ich f*** dich, Norbert. Norbert, mag ich mit so einem Spielen? Nein, da kommt der Tore. Große, aber. Guck guck, du kleinen Schlampe. Warte, ich muss mich jetzt einmal mit dem Heiler heilen. Ja, tu uns mal heilen. Bitte. Danke. Guck guck. Guck guck, du kleinen Schlampe. Das ist schon ein Rast, du törst. Ich gehe gleich mal, du törst. Ich mache guck 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 guck. Und wir sind immer wieder mal, denn du törst.